Jo, Kasper, was geht ab? Guck mal, wir müssen diese Treppe nach ganz oben kommen. Aber es ist ein scheinende Treppe. Oh, ich wusste, dass du drauf reinfällst. Oh mein Gott. Oh ja, wir müssen jetzt schnell auf rot, schnell auf rot. Oh mein Gott. Guck mal, der sieht aus wie du. Der sieht echt aus wie ich. Dein Doppelgänger. Okay, schnell zur nächsten roten Farbe. Oh mein Gott, wie weit komm ich? Wie weit komm ich? Nein. Ich hab's bis hier oben geschafft. Guck mal, wie weit oben ich bin. Was? Alter. Du musst ja richtig am Sprinten. Ich glaub direkt weiter, ich glaub direkt weiter. Ja, sie ist richtig hoch die Treppe. Oh mein Gott, was knapp. Wie weit kommst du nach oben? Ich glaub auch richtig. Hä? Flieder? Was soll das für eine Farbe sein? Flieder? Was ist Flieder? Lila, Flieder, Lila, Lila, Lila. Oh mein Gott. Hast du's überlebt? Ja, du hast es überlebt. Ich bin auf so ne Dings gegangen. Hier ist Jason wieder. Okay. Also, guck mal. Du siehst ja, was wir machen können. Und wir können jetzt einfach mal. Uns ein bisschen ärgern alle gegeneinander. Oh mein Gott, der hat mich getaste! Aua! Was kann er machen? Der taste mich! Ich fall komplett runter, bin ganz unten. Der hat einen Taser gekauft und dann war ich geschockt. Du hast grad davon geredet uns zu trollen oder so. Mann! Okay! Nein, der hab ich getaste! Ich auch? Nein! Okay, komm, wir kaufen uns jetzt auch mal irgendwas. Ich kauf mir jetzt auch einen Taser. Schnellere Stiefel, die hole ich mir jetzt mal. So, jetzt hab ich die auch. Ich komm mit den Elektro Cutter. Also der Taser im Fall. Okay, den Taser, ja, hol dir den mal. Also schnellere Stiefel, wie kann man... Ist die gratis? Oder? Ich glaub, die sind gratis. Die ist nur um Gruppe beizutreten. Oha, ach so. Okay, komm, jetzt werden wir hier nach oben gehen. Und wenn uns der Typ wieder oben werden wir J eux sehen , dann wird man den поверхgets gefallen. Schnellere Stiefel! Da wird er von denen gecatset. Oh, auf lila! Oh, mann Gott, das war knapp. Wie viele sind die jetzt graten? This autoiu, taste Mal, taste Mal da einfach rein da in die Gruppe. Warte, okay. Gleich, gleich, gleich beim nächsten. Wenns alle auf grün stehen, wenns alle auf grün stehen. Oh mein Gott, hier! Oh, warte schaffe ich das nicht. Nicht mich! Los! Hahaa! Du musst die berühren! Häa? Du bekannst die berühren müssen! Du hast dich nicht berührt! Okay, warte, ich probiere jetzt hier nochmal. Okay, schnell hier auf blau. Bro, Alter, bist du lebensmüde? Oh Gott, was will ich denn? Oh mein Gott. Ey, du hast eingetastet. Oh mein Gott. Der ist komplett durchgepist. Der ist runtergefallen. Der freut sich anscheinend richtig, ne? Ja, ja, der freut sich aber nicht mehr lange, der Kollege. Wir gehen jetzt hier auf orange. Auf ganzes Spanchen. Oh nein. Ey, du bist voll schnell. Du hast dir was gekauft. Oh mein Gott. Alter. Du bist so schnell. Ich bin ganz normal schnell, du nicht? Nein, du hast dir irgendwas gekauft. Ich hab mir gar nicht gekauft. Du bist so schneller. Ach so, Leute. Ah, ich bin ganz unten. Bro, ich hab mich verguckt. Ich dachte, blau und ich flieh da. Ach man. Nein, das war blau. Wir müssen jetzt hier nach ganz oben gehen. Das ist unsere Mission heute. Ja, okay. Okay, okay, okay. So, bin ich mal gespannt. Oh, na toll. Okay, jetzt. Rot, schnell. So, und dann. Alter, ich überhole die alle so krass oft, ne? Boah. Ey, du bist ja noch schneller als ich. Ich, lol. Ehrlich? Bin ich das? Wir müssen noch way schneller als ich. Okay, jetzt geh ich schon nach oben, Kastor. Rot, 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 rot. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war knapp. Okay, Taze, zieh runter. Nein, was machst du? Ja, jetzt. Okay. Beilung. Oh mein Gott. Beilung. Stell, 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 stell. Oh mein Gott. Warte. Nicht mich. Nicht mich. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich hab dir getestet. Lila, Lila, Lila. Lila, kann man auch hier, den hier, den, der geht noch. Wow. Oh mein Gott. Alter, das war knapp. Lila. Ja, weg mit ihm. Hau ab mit ihm. Das hab ich nicht, das hab ich nicht mehr. Echt nicht? Okay, okay. Ich weiß nicht, ob das gerade auf dem Forst oder so einer ist, ne? Ja, es sind noch drei Leute über uns. Ehrlich? Wo sind die hier? Oh mein Gott, Bro. Was machst du? Ich hab nicht drauf geachtet. Bist du blind oder was? Ich bin einfach hochgelaufen. Okay, ich warte hier auf dich. Ich warte hier auf dich. Ich komm mit Vollspeed. Ich bin jetzt mit Vollspeed am Start. Ich glaub, du kannst auch locker, warte mal, ich komm wieder ein bisschen entgegen. So, hier. Da seh ich dich schon. Wie schnell bist du? Wie schnell bist du? Oh mein Gott. Bro, guck mal, ich bin nicht einen runter, ich bin einen runtergegangen. Wie schnell warst du grad? Ich weiß, ich bin ja da, ich bin ja da. So, nee. Grün. Da geht noch einer, da geht noch einer. So, sehr gut. Alter, was war das denn? Hab ich das gerade gehört? Da war irgendwie ein komisches Geräusch. Man braucht hier drei Siege, haben die gesagt. Oh mein Gott. Okay, sehr gut. Und ist das hier Sieg Nummer 1? Pass auf! Oh mein Gott, pass auf! Ja! Ja, hier Sieg! Ja! Mach's gut! Nein! Das glaube ich nicht, was er gemacht hat. Der Kamel, der Kambler. Mit der, mit der, mit der Kambler. Nein! Och Mann, oh! Der hat mich geholt, der Typ. Bro, er schießt auf einmal mit einer Laserkanone. Hat er dich auch geholt? Nein, nein, ich bin aber runtergefallen wegen ihm. Ey, das gibt sowas von Rache jetzt, Kasper. Ich sag dir, ich geh jetzt nach ganz oben. Ich geh jetzt nach ganz oben. Hier, so schön nach oben gerade. So, wo bist du? Seh ich dich da unten irgendwo? Ich muss alle wegtasern hier. Boah, ich bin so weit oben gerade. Ich muss die alle wegtasern hier auf meinem Weg. Sehr gut, hier. Das sind alles, alles gefahren. Oh mein Gott, lieber hier bleiben. Galaxy Girl ist mit mir am Start hier. Yeah! Okay, weiter geht's, weiter geht's. Ich bin so runtergegangen deswegen, oder was? Nein, nein, orange, orange. Ich bin fast ganz oben jetzt gleich wieder. So, okay. Ich hab eine wieder getaset. Ich bin so weit oben, Bro. Blau. Blau, 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 blau. Blau, 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 so blau. Oh Gott! Das war knapp. Okay, alles gut. Ey, der schießt heute ganz oben. Jetzt hat er eine Minigun. Der hat eine Laser-Minigun. Wo hat er eine Minigun her? Ah! Bro, er hab ich 5000 Kilometer weiter weggehauen. Ich hab gesehen, wie das aussah. Weißt du, was ich dazu sage, Alter? Ich hab ein Schwert gehört. Tschüss. Nicht alle töten. Nicht alle. Ich bin doch fast oben. Ja! Du schaffst es nicht vor mir. Ich war doch fast oben, Alter. Und jetzt musst du schnell sein. Jetzt musst du schnell sein. Bevor er oben ist. Okay. Oh mein Gott! Was machst du? Mann, das wär auch so gut gewesen. Egal, du überholst die hier alle. Du überholst die hier alle. So, hier lang. Okay. Okay, ich warte kurz hier. Hä? Guck mal, die haben sich das gekauft. Die haben sich das gekauft. Die sind schon ganz oben, schon wieder. Hast du Robux verschwendet, Kasper? Hä? Für 150 Robux haben die sich das gekauft. Zum Ende springen kannst du, ne? Bro, und jetzt chillen die da oben und wollen uns nerven. Das ist doch nervig. Nicht mit uns hier. Hast du schon eine Laserkanone gekauft oder sowas? Ich hab eine Taserkanone, hab ich. Ja, das sind fünf Leute, die mit Minigun oben stehen, Bro. Hast du keine Chance. Ja, die werden hier keine Chance haben. Okay, okay. Ich werde da hinlaufen und dem zeigen, wie der Hase läuft mit meinem Taser. Die werden alle jetzt gleich getastet. Ach, gar nichts los hier, sag mal. Die werden alle jetzt getastet. Oh, drauf hier. Juhu, juhu, juhu. Ich muss ja gucken, dass sie mich nicht erwischen. Das ich genau niemand stabil hochlaufen kann. Ja, du musst ein bisschen aufpassen. Du musst ein bisschen aufpassen. Oh, weiter, 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 weiter. Nein, 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 nein. Ja, das Ding ist, die haben Warten. Dafür brauchst du 20 Gewinne. Das ist halt das Ding. Ah, so richtig starke also schon. Richtig starke sind das hier. Ich hör dich. Oh mein Gott, da steht die. Die Taser-Tier, oh mein Gott, der ist runtergefallen. Ich weiß. Oh, er wollte nicht Taser-Tier gerade. Wo bist du denn? Ich bin wieder fast oben, ich bin wieder fast oben. Ich hab wieder einige Taser-Tier. Das ist hier nicht mehr viel. Der ist genau hinter mir. Oh mein Gott, er hat sich nach oben gespawnt. Er hat sich nach oben gespawnt, um zu nerven. Ja, er hat sich nach oben gespawnt. Das war krass, weil ich komme. Jetzt schon wieder 150 Robux ausgegeben. Neue Runde in einer Minute. Was ist das für eine neue Runde? Oh Gott, oh Gott. Er ist so nervig, Bro, ich hasse ihn. Ich bin ganz unten. Ehrlich? Als ob, als ob. Der nervt da oben. Der nervt mich voll. So, ich geh jetzt hier schön die ganzen Orangen hoch. Ich kaufe mir jetzt mal einen fliegenden Teppich. Oh nein. Oh mein Gott, er hat es gerade noch so geschafft. Er hat es gerade noch so geschafft. Ja, ihr habt zwei getasert. Ja, jetzt kann ich hochfliegen, Bro. Steig auf, steig auf. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Bist du hier irgendwo? Wo bist du? Komm, ich flieg nach oben. Bist du hier? Wie du fliegst nach oben. Ich kann fliegen, Bro. Das ist jetzt geschafft. Ich such dich gerade. Ich such dich gerade. Bist du schon ganz oben? Da bist du. Komm rauf hier. Komm rauf hier. Hä, was? Wie hast du das denn jetzt geschafft? Hier, komm rauf. Oh nein, 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 nein. Den schubst du dich runter. Oh mein Gott, warte, ich kriege jetzt einen Sieg. Was willst du, Kollege? Ich habe weiter einen Sieg bekommen, oder? Hast du einen Sieg bekommen? Nein. Okay. Neue Runde. Schnell nach oben, schnell nach oben. Es hat sich gezählt. Was? Wie ist das denn? Ich habe nur einen Sieg. Guck mal, wie ich da oben flieg. Guck mal, rechts auf die Anzeige. Alter, ich sehe es gerade. Was machst du denn da? Und ich bin oben. Jetzt bin ich an der Reihe. Ich bin gerade am weitesten oben. Ey, du musst dir unbedingt diese Laserkanone kaufen. Ich weiß, ich weiß. Welche Laserkanone? Den Teppich mache ich, den fliegenden Teppich. Hier, so ein Gewinn. Gerade ich hole mir den gleich. So, dann komm mal her, ihr Kollegen. Nee, 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 nee. Alter, ich komme zurück, komm, ich wünsche nur die Hälfte. Ich fliege, glaube ich, mal ein bisschen zu euch runter. Zeigt mal her, was machst du da so. Ach, da bist du ja. Zeig dich. Ich komme, ich gehe jetzt extrem schnell hoch gerade, ne? Extrem schnell, effizient. Hier, easy wieder. Ich habe das nur noch ein weitergekommen, ne? Oh, bist du, wo bist du? Guck mal, jetzt ist noch keiner oben, oder? Noch keiner oben. So, heute schön hochlaufen. Oh, Broxel. Was machst du? Okay, ich bin nicht so weit. Ich bin nicht so weit runtergefallen. Alles gut. Kein Problem. Alles gut. Hier geblieben. Hau ab. Okay, du denkst also, du kannst gegen mich gewinnen, ja? So, du bist fast oben. Du denkst, du kannst gegen mich gewinnen? Ich habe einen Sieg. Stehen geblieben. Ich habe einen Sieg. Okay, komm, wir müssen die anderen nerven, müssen die anderen nerven. Ah! Ich komme wieder hoch. Ich taste die jetzt. Ich taste die jetzt. Zack, getaste. Ha, ha. Aha, sehr gut, der gesucht. Guck mal, wie der runterfällt hier. Sag mal. Ja, weg mit der. Pass auf, die Laserkanone da an der Seite. Da kommt die, da kommt die. Jetzt hier. Taste die, taste die, taste die, taste die. Ja, mit dem Schwert. Du hast mich getaste. Aua. Hier sind die oben. Hilfe. Broxel. Aua. Äh, äh, äh. Schausi. Pass auf. Schausi. Zeig dir, wie man das macht, wie man, wie ein Profi macht das jetzt. Schausi. Hau die kaputt. Die will an unsere Kanone ran. Los. Nein, das ist jetzt. Jetzt den Laserfinger geholt. Oh nein. Oh. Die geht nicht drauf. Warum geht die nicht drauf? Weil die unendlich Leben hat. Nein, 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 nein. Hey. Ich flieg von der Map. Ich flieg von der Map. Die hat keine Schock. Ich schub sie runter. Ich schub sie runter. Oh. Keine Sch... Oh. Oh. Na komm. Na komm. Aber weißt du, was du kaufen könntest? Alle zurücksetzen, ne? Warte, ich bin kurz von der Map, weil den spawn ich wieder oben. Aha. Du kannst nur. Äh, jeder... Guck mal, das wollte ich jetzt mal wieder oben. Verdammt. Ich könnte mir doch jetzt rein theoretisch unendlich Siege holen, oder nicht? Wegen diesem Teppich? Kann ich doch immer nach oben gehen wieder. Theoretisch kannst du jetzt immer nach oben gehen, ja. Okay. Oh mein Gott. Was willst du, hä? Ey, man kann den nicht hauen, den hat unendlich Leben, Bro. Man kann den nicht hauen. Oh, ich bin wieder ganz unten. Nein. Ach, nee. Freunde, wir haben es geschafft. Lasst ein Like oder noch ein Abo da. Schreibt erstmal mal meine Videos aus. Wir müssen ein bisschen wie du habt. Dann würde ich euch bis dahin und ciao, ciao.